Da geh ich, nehm ich dir einen Schaden lieber ein, dann stehe ich besser So, haben wir es jetzt Hört er auf, hört er auf, hört er auf, ja, der hört auf, der hört auf, der hört auch auf Aua, ich bin vergiftet worden Wow Nein Danke für den blauen Pilz Danke für den blauen Pilz Danke für den blauen Pilz So Hundefell Hundefell Hundefell, what the fuck So, jetzt machen wir ne Verteidigung, oder, Verteidigung, kriegen wir weniger Schaden Äh Hm Ja, komm Ja, ist vielleicht gar nicht so dumm, ne Verteidigung zu nehmen So, Step by Step So, und Okay Hört er sein können Hallo, das ist ein Spiel Da kann Alles möglich sein Okay An, an, ans Mikrofon, und let's go Zack geht vole Thomas Mädchen Deswegen 마음 ist Fert Ich - Okay. 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 Okay Haben wir jetzt einen Troikfinger bekommen Nein, ein Troikpanzer Die Williams verarschen Okay, egal Egal, 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 egal Boom, baby Okay Das war so knapp wie kein zweiter Oh, Ring des Lehrlings Regeneration Plus eins, plus eins Mal eins, plus eins, Dings Da brauchen wir Was brauchen wir dafür? Oh mein Gott Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Ja gut, äh, ignorieren wir nochmal gekonnt Joa Gut Ah, da geht's Jetzt gucken wir mal kurz im Laden Nein, wir haben's nicht, okay Ja, 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 ja Ähm Nö Okay Hallo Das war so Es ist Oh Ja Das war so Warum? Nein? I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land surface dweller. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A creature? Like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water so I could stop the violence. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is the sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare yourself. I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Geys' campaign. So be it, surface dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your recursive soul ripped from your body and purged in these holy waters. Yes! Wow! Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Yo! Die ist ein bisschen strong. Ja, das ist unser Boss. Die ist dein Zack, in den Boden gerammt, würde ich sagen. Ich fühle mich, dass die Schmerzen aus ihrer Schmerzen zerbrechen. Wir haben es geschafft. Sie ist jetzt sicher. Bist du okay, Frau Tethys? Was ist diese Schmerzen, die Sarah spricht? Ich habe gesehen, was dein General macht. Ich fühle mich, dass die Schmerzen, die all die Innocenten, die er verletzt hat, schreien für Hilfe. Und ich... Ich versuchte in der Schmerzen. Das Wettbewerb für die Justiz. Nicht egal ob der Kosten. Die Justiz muss mit Begriffe, Frau Tethys. Sonst ist es nichts mehr als Revenge. Ich muss entschuldigen, Dust. Ich sehe jetzt, dass du eine der Bladen von Elysium verletzt hast. Habe ich schon bemerkt, hätte ich dich mit mehr Respekt verletzt. Nur wegen der Klinge. Nicht weil wir ein Geil am Bagger sind. Nur wegen der Klinge. Nur wegen der Klinge. Stellt euch mal eins vor. Das in der Disco. Genauso gekleidet. Die würden alle nur wegen dem Schwert bei ihm sein. Nicht wegen dem Typen. Bladen von Elysium? Ja, Ara. Ich werde später erklären. Wir haben andere, mehr depressiver Dinge in Hand. Ist klar, dass es Ara ist. Wenn du, wenn sie sagt, du hast die Klinge von Elysium. Das ist... Ich weiß, du fühlst, dass du das richtig gemacht hast, indem du die Wasser zurückgebracht hast. Aber die Klinge von Elysium braucht sie jetzt mehr als immer. Oh, die Wasser, ja. Ich hoffe, dass es nicht zu late ist. Ja. Ja. Die Klinge von Elysium war noch nicht. Ich habe Angst, dass es nichts gemacht hat, um den General Gaius und seine Kampagne auf der Klinge zu tun. Ja. Ich fühle mich seine Armee's footsteps. Sie gehen nach links, nach den Mountainsen. Dann müssen wir schnellen. Jinger war da auch. Ja. 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 Woher weißt du das? Vielleicht nicht jetzt, aber ich kann sehen, dass du sehr nahe zu diesem General Geist gesehen hast. Kannst du in meine Vergangenheit sehen? Dein Geist ist fragmentiert, wie ein schüttelter Schüttel. Ich kann nur sehen reflektions in den Schütteln. Und was ich sehe, macht keinen Sinn. Auch für mich. Hm. Es gibt viele Kraftstoffe in dir, Dust. Wie ein schüttelter Schüttel könnte so eine schüttelte Schüttel ist außerhalb meiner Verständnis. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie ist richtig, Dust. Wenn wir mit diesem Schüttel sprechen, müssen wir gehen. Entschuldigung, Frau Tethys, aber wir müssen uns schütteln. Es gibt ein Schüttelter in Mudpot, der sehr nahe zu sterben ist. Ich kann es jetzt fühlen. Sein Lebensversuch ist sehr schwer. Wie kann ich das passieren? Was... was habe ich gemacht? Wir haben keine Zeit zu verbreiten. Ist es ein Schüttelter zurück zum Mudpot? Ja, natürlich. Nachher hier. Obwohl ich schüttelte, dass du schon zu spät bist. Wir kommen da in Zeit. Du wirst und sehen. Ich hoffe so, Fidget. Auf Wiedersehen, Frau Tethys. Auf Wiedersehen, Dust. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir Blitze. Toll. Ja. Ja. Ich bin, nicht nur ein Schüttelter. Jetzt bin ich nicht mehr, aber auch ein Schüttelter. Bäste, schau. Wir kommen sehr schnell wie wir können. Bis zum, wenn wir day again können. Wo ist deine Mutter? Bis zum, wich. APPBäste? Sie ist immer mit dem, Au. Sp fördern. Als die Wasser eröffnet werde wieder eine Brugge? Sie nehmen uns mit ihr, sie wird es direkt in für sie. Oh, look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Bobo, darling, please come inside. Mama? What is it, Mama? Mama? He held on as long as he could, but it just wasn't enough. Oh, no! You can't go! Just got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was... It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But... we got the water running. We... we failed, Fidget. We weren't fast enough. Dammit! We weren't fast enough! Dust, you stop that moanin' right this instant! You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago. But I think the hurt was just too hard on him. Ah! Did you hear? I got the water running! Ah! Ah! Master, let's give them a moment alone. I don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the Lifethread calls for you, you must go. He was fated to pass. And there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Aura. Did you know? Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. Then it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Aura? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Aura? What am I even doing here? Stop yelling! Just, please. Please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't...